Darf ich? Ja! Damit sie auch wirklich alles reinstecken können, was für unterwegs reinpasst. Scheiße! Das war jetzt doof. Ja, ich kaul mal wie so ein Gaul, ich weiß. Ja, mein Ex-Freund hat immer gesagt, Jules, Kaugummi. Darf man mit Zahnspangen überhaupt Kaugummi kauen? Eigentlich nicht, aber sag's nicht. Dort, dort, damit, hier. Ich wollte damit sagen. Ganz schludrig darf man es nicht machen, aber es ist spätisch. So legt er federleicht auf dem Rücken auf, auf dem Rücken. Auf dem Rücken auf. Wie sehen die Haare aus? Gut. Danke. Schönheit. Sorry. Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie's gut und bis bald.